Musik Wenn Sie eine neue Brille benötigen, setzen Sie sich bitte mit Ihren Augenoptiker telefonisch in Verbindung und vereinbaren Sie einen Termin. So kann sichergestellt werden, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden. Wenn Sie grippeähnliche Symptome verspüren, ziehen Sie einen Arzt zur Rathie und bleiben Sie zum Schutz Ihrer Mitmenschen zu Hause. Bitte beachten Sie die Hygienemaßnahmen. Waschen Sie sich gründlich mehrmals am Tag die Hände, niesen und husten Sie in die Armbeuge. Ihr Augenoptiker wird nur Geräte und Arbeitsmittel verwenden, die nach jedem Kundenbesuch desinfiziert werden können. Auch die probierten Brillen werden nach jedem Anprobieren desinfiziert. Bitte haben Sie Verständnis, wenn Sie das optische Geschäft nicht direkt betreten können, sind aktuell zu viele Kunden im Laden. Warten Sie, wenn möglich, im Auto. Ihr Augenoptiker wird Ihnen am Eingang eine Möglichkeit geben, Ihre Hände zu desinfizieren. Dies sind Ihren Schutz und zum Schutz der Mitarbeiter. Bitte halten Sie, wenn immer möglich, den Sicherheitsabstand ein. Ist es notwendig, den vorgeschehenen Abstand zu reduzieren, setzen Sie bitte eine Hygienemaske auf. Diese wird Ihnen Ihr Augenoptiker zur Verfügung stellen. Um Sie möglichst gut zu schützen und vor unnötigen Risiken zu bewahren, sendet Ihnen Ihr Augenoptiker Ihre neue Brille gern nach Hause. Die Brille wird Ihnen bei Besuch schon bestmöglich angepasst. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020